Kapitel 10 Das Apple Watch Sportprogramm David, ein passionierter Sportler, hatte sich kürzlich eine Apple Watch zugelegt, motiviert durch die Versprechen der Uhr, sein Training auf die nächste Stufe zu heben. Mit Funktionen zur Überwachung der Herzfrequenz, Schrittzählung und sogar zum Tracking spezifischer Workouts war die Apple Watch das ultimative Gadget für jemanden wie ihn, der seine sportlichen Leistungen ernst nahm. David war begeistert von der Vorstellung, dass seine Uhr nicht nur sein Training begleiten, sondern auch als persönlicher Trainer fungieren würde, der ihn ständig herausfordert und motiviert. Voller Enthusiasmus stürzte sich David in sein neues Sportprogramm, fest entschlossen, die Ringe seiner Aktivitäts-App täglich zu schließen. Die ersten Tage waren erfüllt von einer Art Hochgefühl. Jedes Mal, wenn die Uhr ein Ziel als erreicht markierte oder ihn zu einer weiteren Aktivität ermutigte, fühlte er sich bestätigt und gepusht. Er liebte die Art und Weise, wie die Apple Watch seine Fortschritte festhielt und visualisierte, ihm erlaubte, seine Leistungen zu teilen, und sogar Belohnungen in Form von virtuellen Medaillen bot. Doch nach einigen Wochen begann das ständige Streben nach geschlossenen Ringen und der Druck, täglich neue Ziele zu erreichen, seinen Tribut zu fordern. Was als motivierende Herausforderung begonnen hatte, verwandelte sich langsam in eine Quelle von Stress. David fand sich in einer Situation wieder, in der die Uhr nicht mehr nur ein Werkzeug war, das ihn unterstützte, sondern ein Taskmaster, der ständig mehr forderte. Anstatt sich auf den Sport zu konzentrieren, den er liebte, wurde seine Aufmerksamkeit von den ständigen Benachrichtigungen und der Besessenheit, jede Messung zu verbessern, in Beschlag genommen. An einem besonders intensiven Trainingstag, als David versuchte, gleich mehrere persönliche Bestleistungen zu übertreffen, führte die Fixierung auf seine Leistungsdaten zu einer Verletzung. In dem Moment, als der Schmerz einsetzte, wurde ihm schmerzlich bewusst, dass sein Streben nach digitaler Anerkennung ihn dazu gebracht hatte, die Signale seines eigenen Körpers zu ignorieren. Diese Erfahrung war ein Wendepunkt für David. Er erkannte, dass die Technologie, obwohl sie zweifellos Vorteile bietet, niemals die Grundlagen des Sports oder die Bedeutung des Zuhörens auf den eigenen Körper ersetzen kann. Die Apple Watch sollte ein Hilfsmittel sein, kein Endziel. Mit dieser Erkenntnis beschloss David, einen ausgewogenären Ansatz zu verfolgen. Er nutzte die Funktionen der Uhr weiterhin, um Einblicke in seine Aktivitäten zu erhalten, setzte sich aber realistischere Ziele und erinnerte sich daran, dass nicht die geschlossenen Ringe, sondern die Freude an der Bewegung und die Gesundheit im Vordergrund stehen sollten. David lernte, die Technologie als das zu nutzen, was sie sein sollte, eine Unterstützung, nicht einen Treiber seines Sports. Er begann wieder, auf seinen Körper zu hören, und nutzte die Daten seiner Apple Watch, um seinen Fortschritt zu informieren, nicht zu definieren. Die Uhr wurde wieder zu einem wertvollen Teil seines Trainings, aber diesmal mit einer gesünderen Perspektive und einem besseren Verständnis dafür, wie man Technologie sinnvoll in ein aktives Leben integriert. Kapitel 11 Die AirPods-Suche Anna, eine leidenschaftliche Musikliebhaberin und treue Anhängerin von Apple, hatte kürzlich in ein paar AirPods investiert, um ihr Musikerlebnis zu revolutionieren. Die kabellosen Ohrhörer versprachen nicht nur herausragende Klangqualität, sondern auch beispiellose Bequemlichkeit. Anna war fasziniert von der Freiheit, die sie durch das Fehlen von Kabeln gewann, und nutzte jede Gelegenheit, um ihre AirPods zu tragen beim Joggen, auf dem Weg zur Arbeit und sogar beim Entspannen zu Hause. Doch eines Morgens, als Anna sich auf ihren täglichen Pendelweg vorbereitete, stand sie vor einem Rätsel, ihre AirPods waren verschwunden. Sie durchsuchte ihre Wohnung in wachsender Verzweiflung, überprüfte alle offensichtlichen Orte ihre Tasche, den Nachttisch, das Badezimmer und dann die weniger offensichtlichen. Die kompakte Größe und das glatte Design der AirPods, einst Merkmale, die sie bewundert hatte, wurden nun zu ihrem Verhängnis. Die kleinen Ohrhörer schienen wie vom Erdboden verschluckt. Mit jedem erfolglosen Suchtdurchgang stieg Annas Frustration. Sie erinnerte sich an die Find My App, die dazu dienen sollte, verlorene Apple-Geräte aufzuspüren, und öffnete sie hastig auf ihrem iPhone, nur um festzustellen, dass sie die Funktion für ihre AirPods nie aktiviert hatte. Der Gedanke, dass ihre kostspielige Investition möglicherweise für immer verloren war, ließ ihr Herz schwer werden. Die Suche nach den AirPods wurde zu einer täglichen Routine. Jedes Mal, wenn sie einen Raum betrat, hielt sie inne, um sorgfältig in jede Ecke und unter jedes Möbelstück zu schauen. Die Hoffnung, die kleinen weißen Ohrhörer wiederzufinden, ließ sie nicht los, doch mit jedem Tag ohne Erfolg schwand diese Hoffnung ein wenig mehr. Dann, eines Tages, als Anna schon fast aufgegeben hatte, fand sie die AirPods an einem Ort, den sie nie für möglich gehalten hätte in der Waschmaschine, versteckt in der Tasche einer Jeans, die sie vor einigen Tagen getragen hatte. Zu ihrer großen Überraschung und Erleichterung funktionierten die AirPods noch, ein Zeugnis für die Qualität von Apples Design und Technik. Anna war überglücklich, ihre geliebten Ohrhörer wieder zu haben, doch die Erfahrung hatte ihr eine wichtige Lektion erteilt. Von da an nahm Anna sich vor, sorgfältiger mit ihren AirPods und allen ihren Besitztümern umzugehen. Sie aktivierte die Find My-Funktion für alle ihre Geräte und investierte in ein Trage-Ad wie für die AirPods, das sie leichter auffinden konnte. Die AirPods-Suche wurde zu einer Erinnerung daran, dass die Bequemlichkeit moderner Technologie auch eine Verantwortung mit sich bringt, die Verantwortung, achtsam zu sein und Vorkehrungen zu treffen, um Verluste zu vermeiden. Anna hatte ihre AirPods zurück, aber wichtiger noch, sie hatte eine neue Wertschätzung für die kleinen Dinge im Leben gewonnen, die so leicht verloren gehen können.